So, willkommen zu einem neuen Infovideo bzw. zu einer neuen Folge Pokemon Go auf meinem Kanal RamsesderDicke und ein neues Infovideo und ich habe auch gerade den Community Raid gepostet um 16.05 Uhr, ist er nämlich, jetzt ist 15.20 Uhr, mal gucken wer sich wieder einträgt, wieder in den Community Tab bei YouTube, obwohl der Raid Bot bei Discord glaube ich wieder geht, aber so sehe ich wenigstens wer zuerst sich eingetragen hat und kann dann die Liste so durchnehmen. Wir haben hier vier Artikel, alle von GoGames und zwar Pokemon Home ab Level 40 freigeschaltet, ihr werdet es schon mitbekommen haben, zwischendurch wurde das dann auch für Level 38, Level 35, Level irgendwas, Level 33 müsste es mittlerweile schon gehen, vielleicht sogar noch niedriger. Was ist eure Meinung zu Pokemon Home? Nutzt ihr Pokemon Home? Werdet ihr Pokemon Home nutzen? Für was nutzt ihr das? Wie gesagt, für Pokemon Go ist es eine Einbahnstraße, ihr könnt Pokemon von Pokemon Go auf Home übertragen und dann sind die halt weg. Ihr könnt nicht Pokemon von Pokemon Home auf Pokemon Go übertragen. Deshalb für mich als Pokemon Go Spieler, als wirklich reiner Pokemon Go Spieler komplett sinnlos, denn ich habe keine anderen Pokemon Spiele und sage jetzt, ich habe in dem Spiel das und das. Das brauche ich unbedingt in dem und dem Spiel. Wenn ich was brauche, dann ist das bei Pokemon Go und das kriegst du auch nur in Pokemon Go, weil du kannst es ja nicht rübertauschen, deswegen. Viele Leute nutzen das vielleicht auch, um die Meltan Box sich noch zu ergattern. Konnte man vorher aber auch bekommen über eine Switch oder so. Deswegen Meltan Boxen, okay, kann ich verstehen, dass ihr euch das da holt. Ansonsten verstehe ich immer noch nicht den Sinn und Zweck von Pokemon Home, aber ich bin auch nicht so dieser eingefleischte Pokemon Spieler, der das jetzt alles so drin hat. Ihr habt auch etliche Einschränkungen. Pandirs zum Beispiel könnt ihr eh nicht traden. Kostümierte Pokemon Krypto, Mega, schwarz-weißes Kyurem, Kumpel-Pokemon, Pokemon in Arenen gehen alle nicht. Deswegen ist es eh eingeschränkt, aber ihr habt trotzdem diese Wunderbox, die vielleicht ein Anreiz für viele ist und wenn ihr da was übertragt, kriegt ihr ein Melmetal geschenkt, aber nicht für Pokemon Go, wie gesagt, sondern auch nur für eure anderen Pokemon-Spiele, um das zu nutzen und da was zu machen. Ich weiß nicht, was spielt ihr sonst noch so nebenbei? Spielt ihr auf der Switch irgendwas? Spielt ihr vielleicht noch Let's Go, Pikachu, Eboli oder diese neuen Sachen Schwert und Schild? Schreibt es mal in die Kommentare. Für mich aber, Pokemon Home ist nutzlos, brauche ich nicht, kann ich nichts mit anfangen, ist einfach, ja. Ich habe auch schon meinen Shiny-Meltern. Wenn es für alle verfügbar ist, dieses Home und nicht mehr an ein Level gerichtet, dann wird es wohl auch ein Event dazu geben und dann wird es vielleicht auch wieder Shiny-Meltern geben. Da werden sich die Leute natürlich freuen, habe ich aber auch schon, brauche ich nicht für euch, aber trotzdem vielleicht interessant. Dann gibt es Erfahrungstestsänderung, neuer Test Australien, was steht da überhaupt? Es gibt auf jeden Fall erste Meldungen über diese Erfahrungspunkte Tests mit einer kleinen Tabelle zusammengefasst, dass man mal sieht, wie sich das ungefähr so entwickelt. Gibt sicherlich schon etliche Meldungen darüber, vielleicht habt ihr schon was gehört, wenn nicht, können wir hier das euch nochmal kurz zeigen. Guter Wurf gibt dann nämlich statt 10 EP gleich 20, großartiger statt 50 gleich 100 und fabelhafter Wurf statt 100 gleich 1000. Und das ist auf jeden Fall sehr cool, denn gerade bei Raids auch, sage ich jedes Mal, macht den Fangtrick, geht auf einfach fabelhaft und viele Leute sagen, einfach fabelhaft, wozu, der bleibt doch bei großartig eh drin. Wenn ihr aber bei jedem Wurf 1000 Punkte kriegt statt 100, dann ist das auf jeden Fall schon ein Unterschied. Da werden Skills wirklich belohnt. Bisher war es ja wirklich so, es ist egal, ob ihr gut oder schlecht in dem Spiel seid, es war einfach nur ein Glücksspiel. Jetzt ist es so, wenn ihr Skills habt und einfach richtig gut treffen könnt, kriegt ihr mehr Punkte. Finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Ansonsten, was haben wir hier noch? Pokémon entwickeln gibt dann auch 1000 statt 500. Neuer Eintrag gibt 1000 statt 500. Was ist noch krass? 5 Kilometer Eier, generell hier die Eier ausbrüten. Statt 200 gibt es 700 Punkte für 2 Kilometer Eier. Statt 500 gibt es 1000 bei 5 Kilometer Eiern. Statt 1000 gibt es, keine Ahnung, bei 10 Kilometer Eiern. Und bei 12 Kilometer Eiern gibt es statt 1200 dann 4000. Da lohnt es sich natürlich wirklich, Sternen ein Stück an, Glückseier an, alles an, wenn ihr 9, 12 Kilometer Eier brütet. Pokémon in Arenen besiegen gibt auch mehr. Arena in einem Rutsch besiegen. Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall cool, dass sie das so machen, dass richtig gute Sachen, je besser die Sachen sind, die ihr macht, auch mehr entlohnt werdet. Wie findet ihr das? Ich glaube, da wird sich jetzt eigentlich keiner beschweren, denn ihr habt ja jetzt nicht weniger, ihr kriegt ja bei jeder Sache eigentlich mehr. Und wenn ihr das gleiche macht wie eben oder überhaupt, weiß ich nicht, entweder tut sich gar nichts, weil ihr die einfach fabelhaften Würfe nicht schafft, oder ihr werdet endlich mal belohnen, dafür, dass ihr die schafft. Ist also auch sehr interessant. Können wir hier also wegmachen. Ist ein Schritt in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Dann noch was Interessantes. Es gibt nämlich neue City Spotlight Events. Die sind kostenlos, können aber auch kostenpflichtig sein, wenn man sich ein Ticket kauft. Und das ist das Besondere, da wurde ich auch erst darauf hingewiesen, es wird ein neues Shiny E-Kognito geben. Das habe ich erst überlesen und dachte, das ist, braucht man nicht, will man nicht hier. Es handelt sich also um vier Städte. Tainan in Taiwan, Kyoto in Japan, Auckland, Neuseeland und Busan, Südkorea. Das Ganze am 22. November, genau von 10 Uhr bis 18 Uhr Ortszeit. In Auckland wäre das, glaube ich, ab 22 Uhr bei uns. In Busan und Kyoto wäre das, glaube ich, ab 2 Uhr und Tainan, Taiwan ab 3 Uhr umgerechnet. Weil wenn es bei uns 3 Uhr ist, ist es bei denen 10 Uhr. Und wenn es bei uns 22 Uhr ist, ist es in Auckland eben bei denen auch 10 Uhr. So könnt ihr euch das immer merken. Es sind auf jeden Fall vier Sachen, die interessant sind. Ich habe schon von manchen gehört, die bei diesem Taiwan Event mitmachen wollen, sich da ein Ticket gegönnt haben. Weil das aber erst 3 Uhr nachts beginnt, wäre für mich eigentlich Auckland interessanter, da das ab 22 Uhr beginnt. Ich habe auch mit Julchen mal geredet über vielleicht den Stream in Taiwan. Aber ich glaube, dieses Event 8 Stunden lang zu streamen, nachts von 3 Uhr bis um... 8 Stunden geht das, ja. Von 3 Uhr bis 11 Uhr frühs oder so. Wäre vielleicht ein bisschen heftig. Wer guckt das? Vielleicht nachträglich gucken, aber trotzdem, ich glaube, selbst wenn man das spielt, macht man das diesmal nicht im Stream. Spielt das so und kann euch ja dann mal zeigen, was es gab, ob es was Gutes gab oder nicht. Tickets könnt ihr erwerben, natürlich über den Event-Tab im Spiel. Müsst ihr aber wieder mit Kreditkarte bezahlen. Dann sieht man, was es auch hier gibt. Kostenlos gibt es eine zeitlich begrenzte Forschung. Für jeden, der euch durch die Stadt führt, Schnappschüsse mit Pokémon, Knursp, Sternenstaub und Glücksei werden belohnen. Also ihr könnt, wenn ihr bestimmte Schnappschüsse macht, auch Knurs bekommen. Aber nur Glückseier, das sieht sehr cool aus. Exklusive Sticker an den Pokestops. Spezielle Belohnung für AR-Mapping. Wettbewerb zwischen allen teilnehmenden Städten. Okay, dann kann man da ein Viertel-Ei-Distanz als Bonus freischalten. Wenn man aber ein Ticket kauft, gibt es alles vorhergehende. Plus Rauch. Speziellen Event-Rauch, der Onyx, Labras, Ikognito-C, Nasknet, Rihorn, Dodo-Mantax, Taubsi, Pelipper, Taubos und Bisbark anlockt. Ikognito-C wird für Spieler mit Ticket als Shiny im Event-Zeitraum erhältlich sein. Es gibt eine Spezialforschung als eine Art Stadtführer mit Belohnungen. Knursbrauch, Superbrutmaschinen, 3 Glückseier, Lokmodul, Labras, EP, Sternenstaub. Man kann mit dem Buddy bis zu 3 Herzen verdienen in jeder Kategorie. Der Kumpel wird automatisch aufgeregt, wenn man ihn füttert. Ein Viertel-Ei-Distanz sowieso, sobald man kauft. Und Rauch ist effektiver, wenn man läuft. Und dauert zwei Stunden statt eine Stunde. Beziehungsweise statt einer halben Stunde, wie auch immer, keine Ahnung. Das klingt auf jeden Fall richtig cool. Da bin ich eigentlich gewillt, mir ein Ticket zu besorgen. Ich frage ja gerade schon rum, wer eine Kreditkarte hat und da vielleicht mithelfen kann. Ich hätte es am liebsten eigentlich gestreamt wieder für die Leute, die sich das angucken wollen. Aber gerade mit dem Buddy wäre mir das lieber, wenn man schon dann die Buddies pushen kann zu Best Buddies. Das Durchwechsel, den füttern, den vollmachen, den hin und her, sonst was, keine Ahnung. Dass ich das lieber effektiv nutzen möchte und auf shiny e-cognito C-Jagd gehe. Ansonsten, wie sieht es aus? Wer ist so mutig? Und schreibt in die Kommentare, dass er sich auch ein Ticket für das Event gönnt. Und welches Ticket würdet ihr euch holen? In welcher Stadt würdet ihr spielen wollen? Taiwan, Japan, Neuseeland, Südkorea? Schreibt es mal rein. Es sind ja bekannte Orte hier. Und ich weiß, es sind viele von den Zuschauern dabei, die auch spufen. Oder sich gerne mal einen Urlaub gönnen, kurzzeitig. Dann gibt es wieder eine neue Data Mind. Das letzte jetzt, müssen wir uns wieder beeilen. Das Szenentrio wurde nämlich schon wieder gefunden. Was es ja in Raids gab, kurze Zeit. In einer Raidstunde mal da war. Dann nur noch wild da war. Jetzt neu gefunden wurde. Also was gibt es hier? Ich habe mir das auch noch nicht durchgelesen. Deswegen muss ich mit euch ganz kurz hier reinschauen. Feiertagsgruppe im Style Shop. Ja gut. Das ist wieder nur Kleidung und so. Würde es spezielle Items geben für die Weihnachtszeit vielleicht und alles. Das wird alles separat aufgelistet. Seht ihr dann, wenn es soweit ist. Event Arenen. Ein neues Etikett für Arenen wurde nun im Code entdeckt, welches den Titel Event trägt. Bisher wurden Arenen lediglich mit X-Raid gesponsert oder AR Mapping versehen. Die neuen Event Arenen könnten erstmals bei den City Spotlight Events zum Einsatz kommen. Haben wir ja den Artikel davor gehabt. Steht auch nochmal hier. Insgesamt drei neue Events wurden im Code entdeckt. Home Event. Lake Trio Event. Event Friendship 2020. Pokémon Home Event. Das Pokémon Home Event wurde bereits indirekt von Argentico und Nintendo angekündigt. Jedoch bislang ohne konkretes Dardom. Wir wissen bereits, dass in diesem Event die schillernde Variante von Meltan erneut freigeschaltet wird. Ich habe ja gesagt, Pokémon Home für mich nicht attraktiv. Ich glaube, ich werde mir auch nicht extra ein Nintendo Account machen und Pokémon Home nutzen und alles, wenn es nichts krasses gibt. Mel, Metal, Shiny, wie gesagt, habe ich schon. Würde mich also auch nicht rauslocken. Aktuell ist Pokémon Home noch nicht für alle Spieler freigeschaltet worden. Jedoch wurde das Mindestlevel zum Zeitpunkt dieses Artikels von 40 auf 33 heruntergesetzt. Da haben wir es nochmal. Bin ich mal gespannt, was es sonst noch so gibt. Aber ich glaube, da wird Shiny Mel Tarn im Mittelpunkt stehen. Seen Trio Event. Das Lake Legend Event bezieht sich offensichtlich auf das legendäre Seen Trio Vespere, Tobuz und Selfer. Welches die einzigen legendären Pokémon in Pokémon Go sind, die man auch wild fangen kann. Eventuell werden diese Pokémon nun mit ihrer schillernden Variante erscheinen. Aber gibt es sie dann kurze Zeit in Raids? Gleichzeitig überall? Shiny? Oder meinen ihr nur das, was bei euch in der Region ist, ist dann in Raids und kann als Shiny herausgefordert werden? Wäre natürlich cool, wenn es ein Seen Trio Event ist. Wenn ihr die Möglichkeit habt, alle drei zu raiden und als Shiny. Das würde auf jeden Fall viele Leute glücklich machen, die die noch gar nicht haben und dann direkt auch als Shiny haben können. Fände ich auf jeden Fall cool und interessanter als das Pokémon Home Event. Zwölf Tage der Freundschaft. Das Event 12 Days of Friendship könnte eine Anspielung auf die 12 Days of Christmas sein. Und Teil des Weihnachtsevents. Allerdings könnte es sich hierbei auch einfach nur um ein weiteres Kumpel-Event handeln. Joa, klingt ein bisschen, ne? Mehr EP durch Raids. Freundschaft erhöht sich leichter. Das ist aber schön. Gab es ja auch. Schon immer, dass zwei Interaktionen statt einer getätigt wurden in der Freundschaft. Mehr EP durch Raids. Wenn da die Raid-Stunden kommen, dann wird richtig abgegrast. POI-Update. POI. Pokestops und Arenen werden allgemeiner. Als Points of Interests bezeichnet. Im Code wurden nun einige neue Meldungen entdeckt, die dem Spieler etwas mehr Informationen zur Verfügung stellen. Okay. Das überspringen wir einfach alles mal. Primär wird der Spieler hier darauf hingewiesen, wie viele Änderungen, Einreichungen oder Scans er noch vornehmen kann und dann wieder neue verfügbar sind. Pokémon Familien. Im Code wurde nun hinterlegt, welche Pokémon Familien eine Mega-Entwicklung haben. Aktuell sind jedoch nur die Mega-Entwicklungen gelistet, die auch im Spiel erhältlich sind. Außerdem wurde nun festgestellt, wie viele Bonbons man benötigt, um diese zu XL-Bonbons zu konvertieren. Der Wert wurde aktuell auf 9001 gesetzt. Wir gehen stark davon aus, dass dies lediglich ein Platzhalter ist, der bewusst hochgesetzt wurde, um eventuelle Fehler zu vermeiden. Ja gut, manche, ne, haben bestimmt 10.000 Bonbons von einer Sorte. Da könnten sie sicher schon ein XL-Bonbon draus machen. Mega-Energie aus der Dardamine geht nun ebenfalls hervor, wie viel Mega-Energie man mit seinem Kumpel erhalten kann. Startup-Pokémon geben 15 Energie, Bibor 5, Tau-Boss 5, Hundemon 15, Gengar 15. Im Code steht, im Code selbst steht, dass diese Energie pro Belohnung vergeben wird, allerdings geht nicht klar hervor, was unter Belohnung zu verstehen ist. Wird die Energie pro Kilometer angerechnet, pro gelaufenen Bonbon oder etwa pro Geschenk? So, Fazit, da aktuell noch andauernde Zeichentrickwoche bald endet, sollten wir schon rechtzügig die Ankündigung für eines der nächsten Events sehen. Die Änderungen im System der Mega-Entwicklungen wurden für Anfang November angekündigt. Auch hier sollten wir bereits die ersten Änderungen im Spiel sehen. Wie das nun mit den Mega-Entwicklungen ist, ob wirklich manche permanent eingeführt werden, aber wie ihr dann die Medaille noch auf Gold kriegen wollt für 500 Mega-Entwicklungen, wenn die dann nicht mehr zurückgehen und ihr immer ein komplett neues entwickeln müsst, dann weiß ich nicht, irgendwie beißt sich das alles. Auf jeden Fall sehr interessant, ich denke mal, ihr freut euch sowieso am meisten auf das Sehntrio-Event, weil da kann man sich schon mehr darunter vorstellen als bei 12 Tage Freundschaft oder Pokémon Home-Event. Schreibt mal rein, wie ihr das alles so findet, holt ihr euch einen Ticket, macht ihr hier, macht ihr da, nutzt ihr Pokémon Home, auf welches Event freut ihr euch, findet ihr die erhöhten Erfahrungspunkte gut für die ganzen Sachen. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Eigentlich wollte ich heute noch einen Stream machen, aber aus gegebenem Anlass muss ich darauf leider verzichten. Lade dann später noch was anderes hoch. Morgen gibt es ein normales Video wieder und vielleicht morgen noch einen Stream, während Pupsi wieder ihre Sendungen schaut. Da werde ich mir ein paar neue Pokédex-Einträge gönnen. Bis dahin, Peacehaut, Vorhaut, euer Ramses und wir sehen uns dann spätestens morgen, würde ich sagen.